Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan von Smartes Heim. In diesem Quick-Tip geht es darum, wie ihr es schafft, eine Automation in Node-RED nur einmal auszuführen. Also einmal am Tag oder ähnliches. Wenn ihr also zum Beispiel sagt, ich möchte immer nur, wenn ich das erste Mal in einen Raum komme, an diesem Tag, dass irgendwas passiert oder nachts oder einmal in der Woche oder einmal im Jahr oder was auch immer, eine Automation soll nur einmal ausgeführt werden. Willkommen in Node-RED und wie immer seht ihr schon meinen Demo-Fly aufgebaut. Wir gehen einmal in der Übersicht durch und dann zeigen wir uns die einzelnen Automationsschritte im Detail. Wir fangen oben links an. Wir haben hier einmal die Bewegung im Büro, das heißt mein Auslöser. Und dann nutze ich einen Counter-Node. Der Counter-Node zählt jetzt einfach, wie oft er getriggert wird. Also bei jeder Bewegung im Normalfall triggert er hoch und zählt um eins hoch. Und mein Switch-Node guckt jetzt einfach nach, wie oft wurde dieser Trigger-Node einmal ausgeführt. Das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal. Und basierend auf der Antwort, also ist es das erste Mal, dann soll er irgendwas machen. Oder wenn es eben das fünfte, sechste, siebte Mal ist, dann soll er was anders machen. Ich habe jetzt hier nochmal ein Change-Node reingebaut, damit wir hier in der Debug-Ausgabe auch das Ergebnis sehen. An sich würde es euch ausreichen, hier diese zwei Komponenten aufzubauen, hochzählen und abfragen, wie oft wird schon hochgezählt. Wenn ich jetzt aber nur hochzähle, naja, dann habe ich natürlich nichts davon gewonnen. Ich muss ja zusehen, dass ich das Ding auch irgendwann mal wieder resette. Und dafür sind dann diese beiden Komponenten hier da zum einen ein Inject-Node, der jede Nacht um in meinem Fall hier kurz nach 12 einmal einen Impuls schickt. Und der Impuls setzt mir eben über eine Change-Node ein Reset-Befehl an den Counter, sodass der eben nachts um kurz nach 12 einmal wieder auf 0 gesetzt wird und morgens eben mit der nächsten Bewegung wieder mit 1 anfängt. Das ist die ganze Magie. Schauen wir uns das kurz im Detail an. Ich glaube, über den Trigger brauche ich nichts sagen. Interessant ist jetzt hier der Counter. Der Counter beginnt mit 0 und geht dann in einer Schritten hoch und zwar unendlich lange. Und zwar Increment, also hochzählen. Und er soll mir das Ganze bitte in einer Nachricht rausschicken und er soll es nicht irgendwie splitten. Das wäre die zweite Option. Als zweites haben wir dann hier die Möglichkeit, in einer sogenannten Switch-Node einfach zu sagen, okay, wo geht die Reise hin? Also hier ganz wichtig, die Message-Count abfragen. Die wird nämlich hier durch den Counter gefüllt. Und ich kann sagen, ist der Count gleich 1 oder ist der Count ungleich? Das ist dieses Aufbruchzeichen gleich. Ungleich 1, dann mach was anderes. Normalerweise reicht ja aus, hier, okay, ist es nämlich eine 1, das erste Mal gezählt worden, dann mach was. So, und dann habe ich einfach nur zu Demo-Zwecken das Ganze mal losgeführt. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal demonstrieren möchte, dann sieht man hier, aha, es ist schon das wiederholte Mal. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier drauf drücke, über diesen Flow hier, gibt der Mini-Ausgabe aus. Es ist also nicht das erste Mal, dass diese Automation getriggert wurde. Und jetzt möchte ich sie zurücksetzen. Dazu nutze ich einen Inject-Node. Der Inject-Node gibt ja normalerweise immer den Timestamp ab. Das ist auch okay. Der Content selber interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Wie wichtiger ist, dass ich hier unten bei der Wiederholung den täglichen Zeitpunkt einstelle, dann eine Uhrzeit eingebe. Und dann haben wir eben hier Montag bis Sonntag die Auswahl, wann das Ganze passieren soll. In meinem Fall natürlich an allen Tagen. Und dann, ganz wichtig, müssen wir nochmal mit einem Change-Node arbeiten. Dieser Change-Node setzt jetzt Message.Reset auf True. Somit habe ich jetzt eben über diese Nachricht ein Reset an den Zähler gebracht und fange wieder bei Nodelland zu zählen. Schauen wir uns das im Ergebnis einmal an. Das heißt, anstatt jetzt hier auf den nächsten Tag zu warten, nutze ich einfach einen Demo-Push. Wir sehen, der Push geht einmal durch. Der Count wird quasi hochgezählt durch das Resetten. Und die Ausgabe läuft noch einmal über das andere Mal. Und wenn ich jetzt hier aber oben wieder über den klassischen Impuls gehe, dann sehen wir, aha, er hat jetzt von 0 auf 1 hochgezählt. Das heißt, die Automation ist das erste Mal durchgeführt. Und wenn ich das Ganze jetzt noch ein zweites oder drittes Mal mache, dann bin ich wieder beim Wiederholtenmal. Das heißt, jetzt kann ich hier angehen und hinter diesem Bammel hier meine Automation hängen, die ich eben jetzt zum Beispiel eben nur einmal am Tag durchführen möchte. Das soll es in aller Kürze schon noch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt ihr noch Anmerkungen dazu, dann freue ich mich auf eure Kommentare, eurem Like und das Abo, wenn ihr das noch nicht dagelassen habt. Und sage, bis bald, euer Tristan.